Majors Horst ist mein Name. Ich komme aus Bokel-Langenfelde und wir sind heute hier versammelt auf Anlass der Initiative Landschaftsverbindung. Und zwar geht es um die Düngeverordnung, so wie die Bundesregierung es im Moment vor hat, eine Düngeverordnung zu beschließen, die über uns Landwirte hereinbricht, die weder auf fachlichen, sachlichen oder wissenschaftlichen Basisstaaten organisiert ist. Gegen diese Behandlung wehren wir uns und mit der Demonstration heute wollen wir zeigen, was es bedeutet, wenn jemand die Produktivität genommen wird und er nicht mehr so agieren kann, wie er es eigentlich gewohnt ist. Deshalb zeigen wir uns heute hier im Stadtbild von Bremerhaven und versuchen dort auch die Produktivität zu verlangsamen und zu zeigen, was passiert, wenn jemand der Schwung genommen wird. Mein Name ist Hauke Meier. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Bokel, bin gelernter Landwirt und wir sind hier heute hier in Bremerhaven zu demonstrieren gegen die Agrarpolitik und das Agrarpaket und die neue Düngeverordnung. Bisher haben wir bei der Demonstration eine sehr gute Bilanz gekriegt von den Leuten, die uns beschaut haben, Daumen hoch gegeben haben, freundlich gewunken haben und damit sind wir momentan sehr zufrieden. Musik